Die Entfernung stimmt natürlich ganz. Terrain 2 vermute mal auf einen von den Bäumen irgendwo hier drinnen im Geäst. So der Hinweis für diesen Cache lautet am Boden nicht nach Plastik, Metall oder Steinausche. Viel Spaß beim Suchen. Wir haben ihn. Wo denn? Da hinten ist er. So vom Auto und wir nähern uns. Wer Kenner weiß, die Leitklanke ist er denn. Da konnte ich eben nicht nachgucken. Jetzt weiß ich warum das Video läuft. So Stefan, du bist wieder trockengelegt und jetzt suchen wir dir den Cache. Ja, nach einem glücklichen Zufall, durch das Wandern hier durch, möchte ich jetzt meinen kleinen Fauxpas wiedergutmachen. Allerdings, beim ersten Finden ist dieses Ding ins Wasser gefallen. Man glaubt es kaum, aber man vermutet, dass dieses Knochen, doch trockenes Stück, doch gar kein Cache eigentlich ist. Oder doch? So, wie finden wir in Fassberg einen Cache? Wir öffnen die App und gehen auf Nahe Cache finden. So, der blaue Punkt sind wir und das Drumherum sind alle Caches. Wir wollen aber jetzt einen bestimmten Cache haben. Okay, da haben wir ihn. U96 das Boot. 3,6 Kilometer südöstliche Richtung. Auf geht's. So, wir sind jetzt hier beim Cache U96. Er befindet sich genau dort. Ihr seht natürlich noch nichts. Ihr seht noch nichts, weil er hinter diesem Baum befestigt ist. Der große Clou, der Cache, den wir haben wollen, findet sich genau hier unten drin. Hier befinden sich aber jeweils drei Löcher. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie wir den Cache hochgehen. Ja, wir haben leider keine Wasserflasche dabei. Ich habe auch einen Löffel gefunden. Und ja, wir probieren das jetzt einfach mal, das Wasser dann hier oben rein zu machen. Seitdem wir ja gezeigt hatten, dass das Wasser unten rauskommt, füllen wir dieses Teil mit Hilfe meines Assistenten, der jetzt die drei Löcher zuhält. Und anschließend werden wir den Cache ernten. Der letzte Tropfen ist drin. Wir haben hier den Cache noch nicht loslassen. Noch nicht loslassen. Verstanden. Da müssen wir uns gleich eintragen, denn dort ist das Logbuch drin. Und jetzt darfst du unten das Wasser herauslassen. Hier haben wir jetzt den Cache-Behälter. Und dann schauen wir mal da rein, was da drin ist. So sieht dann zum Beispiel ein Logbuch aus. Der Name und das Datum von dem Cacher, der es gefunden hat. Und tschüss. Herzlich willkommen bei GeocachingTV. Heute zeigen wir euch, wie man ganz schnell einen Cache wieder versteckt.